Hallo und recht herzlich willkommen hier beim Telefonjoker. Ich möchte euch in diesem Video 10 Tipps und Tricks zeigen für das Samsung Galaxy Tab S9. Funktioniert natürlich auch für das S9 Plus und S9 Ultra. Und genau diese Version habe ich hier, aber ganz egal welches Tablet ihr habt, alles was ich euch zeige hier funktioniert, auf allen Tablets. Das ist auch der erste Punkt, sehr sehr interessant. Wir haben einen großen Bildschirm, egal welches Tablet ihr habt. Und da können wir natürlich auch mehrere Dinge gleichzeitig drauf laufen lassen. Zum Beispiel können YouTube wieder gucken und gleichzeitig halt im Internet ein bisschen surfen. Oder was auch immer. Ich zeige euch mal, was ich meine. Wir öffnen einfach mal YouTube hier. So, dann nehme ich jetzt zwei Finger und ziehe die einfach von der Seite rein. Und der Bildschirm ist geteilt. Und jetzt suche ich mir auf der linken Seite quasi aus, was ich hier haben möchte. Zum Beispiel das Internet, um mal ein Beispiel zu bleiben. Und jetzt lese ich hier was im Internet und gucke hier halt ein YouTube-Video. Super praktisch, ne? Aber nicht wundern, wenn das jetzt gerade nicht funktioniert bei euch, weil das müsst ihr erstmal einstellen. Ich zeige euch mal, wie das geht. Wir scrollen einfach runter hier, tippen auf das Symbol für die Einstellung. Dann scrollen wir auf der linken Seite runter zu dem Punkt Erweiterte Funktionen. Und da werdet ihr dann diesen Punkt finden. Multi-Window. Aktiviert die ersten beiden Punkte hier. Für geteilten Bildschirm streichen. Und was ich euch auch empfehle, die Pop-up-Anzeige streichen. Ist auch ganz interessant. Zeige ich euch gleich mal. Okay, nochmal. Wir öffnen die Datei, die wir haben wollen auf dem geteilten Bildschirm. Ziehen zwei Finger jetzt in die Mitte. Und der Bildschirm ist geteilt. Danach klickt man zum Beispiel Internet Explorer oder was auch immer. Oder hier die Fotos, ne? Und hat das entsprechend hier die Foto-App auf der Seite. Und die YouTube auf der Seite. Wenn man ein bisschen mehr Platz haben will, zum Beispiel für die linke App, dann zieht man hier über die drei Punkte das Ganze nach rechts. Oder wenn man hier entsprechend YouTube mehr gucken möchte, dann zieht man das rüber. Oder welche App auch immer. Also super, super praktisch. Es gibt noch die andere Variante mit dem Pop-up. Das ist auch ganz interessant. Wir öffnen mal wieder YouTube hier. Und wenn man hier sagt, okay, man möchte das YouTube-Video verschieben als bewegliches Fenster, geht das auch. Dafür gehen wir jetzt hier über die Ecke. Und scrollen ganz entspannt hier runter. Und jetzt haben wir so ein ganz kleines Fenster, ne? Und man kann dieses Fenster hier auch an jede beliebige Position verschieben und kann dann quasi ein Video gucken, während man hier gerade arbeitet. Auch super, super praktisch. Wenn ihr es beenden wollt, tippt einfach auf die blaue Leiste hier und fliegt auf das X. Und weg ist er. Ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr auf dem Tablet hier auch Apps klonen. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr jetzt mehr als einen Facebook-Account habt, könnt ihr einfach eine zweite App anlegen. Und so müsst ihr nicht immer in derselben App halt hin- und herswitchen. Auch mit WhatsApp, ne? Wenn ihr WhatsApp hier auf dem Tablet nutzt und möchtet gerne noch eine zweite WhatsApp haben, kann man das hier tatsächlich tun. Ich zeige euch mal, wie ihr das Ganze aktivieren könnt. Also erstmal müsst ihr euch natürlich die App runterladen, ist klar. Dann scrollt ihr hier runter, tippt auf das Symbol für die Einstellungen. Dann brauchen wir den Punkt auf der linken Seite Erweiterte Funktionen. Und ganz unten hier finden wir den Punkt Dual Messenger. Und wie der Name schon sagt, es funktioniert nur mit Messaging-Apps, ne? Sowas wie WhatsApp, Snapchat und so weiter und so fort. So, wenn ihr die App klonen wollt, hier, zum Beispiel WhatsApp, tippt ihr hier. Geht dann auf Installieren. Da kommt beim allerersten Mal noch was mit Haftungsausschuss. Könnt ihr bestätigen. Und auch eine getrennte Kontaktliste kann man anlegen, wenn man möchte. Kann man alles überspringen, braucht man nicht. Könnt ihr hier immer noch später machen, wenn ihr möchtet. Aber da gibt es noch was Besseres, zeige ich euch nachher nochmal. Dann, ja, klonen wir einfach hier alle. Und wir sind gerade hier im Flow. So, wie kann man nachher eigentlich die Haupt-App mit der zweite App unterscheiden? Zeige ich euch mal. So, das ist jetzt sozusagen mein Haupt-Snapchat-Account. Das ist mein zweiter, mein Haupt-Watzer-Account und mein zweiter. Und ihr seht es hier immer schon besonders gut, hier bei Snapchat zu erkennen. Die orangene Ecke. Damit kann man über den zweiten Account erkennen. Und, ja, dann, ja, hat man ein paar mehr Möglichkeiten. Ich habe es ja gerade schon angeteasert. Man kann noch ein bisschen mehr machen, wenn man es zum Beispiel getrennte haben will. Wenn man getrennte Kontaktlisten haben möchte. Oder vielleicht auch eine getrennte Fotogalerie. Oder eigene Browser-Daten etc. Oder vielleicht auch Apps, die gar nicht so unbedingt sichtbar sein sollen. Hier auf dem Hauptbildschirm. Okay, ich zeige euch mal, was ich meine. Wir scrollen dafür einfach mal hier runter. Tippen dann auf das Symbol für die Einstellungen. Dann brauchen wir auf der linken Seite den Punkt Sicherheit und Datenschutz. Und hier brauchen wir dann den Punkt sicherer Ordner. Okay, erstmal gehen wir auf weiter. Dann fragt ihr nach dem Samsung-Account, wenn ihr den noch nicht eingerichtet habt. Ich habe das jetzt schon gemacht hier. Falls ihr keinen Samsung-Account habt, könnt ihr euch schnell einen anlegen. Zum Beispiel mit der Google-E-Mail-Adresse. Geht dann noch weiter hier. Und dann dauert es ein paar Sekunden, bis der Ordner hier erstellt ist. Deshalb spule ich mal eben schnell vor. Okay, dann sind wir auch schon wieder zurück. Jetzt könnt ihr sozusagen für den Ordner noch eine eigene PIN anlegen. Oder ein Passwort oder ein Muster. Ich bin immer ein Freund der PINs. Ich mache jetzt mal hier viermal die neuen. Bitte wählt was sicheres. Und den Punkt hier würde ich euch immer empfehlen zu bestätigen. Weil dann muss man später nicht immer noch mal OK klicken. Und so weiter und so fort. So, jetzt muss ich natürlich OK klicken. Jetzt sagt er mir halt noch, hey, der ist nicht so sicher, der PIN. Den verwende ich aber trotzdem. So, jetzt muss ich die PIN noch mal bestätigen. Bitte wählt hier eure PIN. So, OK. So, jetzt quasi, falls man sich hier mal vertut und so weiter und so fort. Dann kann man das sozusagen nochmal in der Samsung Cloud sichern. Würde ich euch empfehlen, das einfach einzuschalten hier. Und auch Fingerabdrücke kann man ja hinzufügen. Dann geht das irgendwann mal alles ein bisschen schneller, wenn man den entsperren möchte. OK. Wir gehen mal weiter hier. Und ja, jetzt haben wir sozusagen hier den sicheren Ordner. Und wir sehen es schon. Wir haben eine eigene Kamera hier. Und alle Bilder, die wir tatsächlich jetzt hier mit der Kamera machen. Ich mache jetzt einfach mal eins hier. Die bleiben auch nur sichtbar hier in der Galerie des sicheren Ordners. Super praktisch. Dann haben wir eine Internetbrowser. Das heißt, alle Webseiten, die ihr mit diesem Internetbrowser ansurft, bleiben sozusagen nur sichtbar hier in diesem Ordner. Also die ganze Browser-Historie und so weiter, die bleibt hier nur sichtbar in diesem Ordner. Eine Kontaktliste. Den Punkt hatten wir gerade. Habt ihr komplett unabhängig hier. Und der ist auch passwortgeschützt jetzt hier dran. Galerie hatten wir ja gerade gesehen. Dann eigene Kalendereinträge, Notizen, Dateien, also sowas wie PDF-Files und so weiter und so fort. Und man kann sich über das Plus hier auf weitere Apps jetzt hinzufügen. Zum Beispiel schon bestehende Apps, die ihr auf dem Gerät habt. Zum Beispiel jetzt hier WhatsApp oder hier, keine Ahnung, Facebook hatten wir ja noch. Die immer von hinzufügen. Und theoretisch, theoretisch, hättet ihr jetzt sozusagen, wenn ihr den Schritt davor gemacht habt mit dem App-Klon, hättet ihr jetzt noch eine dritte App hier. Ja, ihr könnt aber auch Apps hier hinterlegen, wie schon gesagt, die nicht auf eurem Tablet bisher waren. Und die dann tatsächlich nur sichtbar sind hier in diesem sicheren Ordner. Dafür geht ihr auf dieses Plus-Symbol hier nochmal und dann ladet ihr euch einfach was hier über den Play Store oder, genau, über den Galaxy Store oder C Store hier runter. Und diese Apps sind dann tatsächlich nur sichtbar hier in diesem sicheren Ordner. Ja, wie kommt man jetzt auf diesen sicheren Ordner eigentlich? Ich gehe mal zurück hier. So ist unser Hauptbildschirm hier. Auf den sicheren Ordner kommen wir hier über alle Apps. Und dann haben wir hier sozusagen den sicheren Ordner. Wenn ich jetzt reinklicke, bin ich drin. Aber Moment mal, haben wir nicht einen Pin festgelegt? Ja, der ist tatsächlich nur, wenn ich den Bildschirm sozusagen ausschalte und dann wieder anschalte, dann ist er quasi ausgeloggt. Wem das jetzt so unsicher ist, wer das generell früher gesperrt haben möchte, der geht hier mal auf die drei Punkte, geht auf Einstellungen. Und hier bei sicheren Ordner automatisch sperren kann man sich sozusagen ein Zeitfenster auswählen, wann der dann automatisch gesperrt wird. Also nicht nur, wenn der Bildschirm ausgeschaltet wird. Wer ganz sicher gehen möchte, nimmt das erst dann jedes Mal, wenn man eine App sozusagen schließt, dann wird der sichere Ordner sozusagen Passwort geschützt. Oder aber wenn ihr sagt, okay, hier die ganze Passwort, das ist mir zu viel, dann macht man einfach bei Tablet Neustart. Also wenn ihr das Gerät komplett ausschaltet und wieder einschaltet, erst dann müsste man den Pin wieder eingeben. So wird das Ganze ein bisschen sicherer. Ja, und wenn ihr möchtet, ihr könnt auch Bilder oder Dateien von der Hauptansicht verschieben in den sicheren Ordner. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel in der Galerie Content habt, der hier nicht hergehört, zum Beispiel sage ich mal, ich mache mir Laptop nur ein Beispiel, dann haltet ihr eines der Bilder gedrückt und markiert euch jetzt sozusagen die anderen Bilder mit dazu. Geht dann auf den Punkt Mehr und geht zu Sichere Ordner verschieben. Und jetzt werden diese Bilder sozusagen direkt in den sicheren Ordner verschoben. Gucken wir doch gleich mal nach. Und dann sollten die jetzt hier in der Galerie auftauchen. Genau, sind jetzt hier nur sichtbar. Kann man im Übrigen hier auch über die drei Punkte machen, über Dateien hinzufügen. Und dann kann man Bilder, Videos, Autos, Dokumente und so weiter entsprechend aus dem Hauptbereich hier rüber transferieren. Okay, vielleicht noch ein interessanter Punkt. Ich sage mal so, den sicheren Ordner kennt nicht jeder. Aber es gibt trotzdem genügend Leute, die davon schon mal gehört haben. Und wenn die das natürlich hier so sehen, dann bekommt man gleich die Gedanken, oh, vielleicht hat man da was versteckt etc. Wenn man dem so ein bisschen aus dem Weg gehen möchte, kann man das ein bisschen anonymer machen. Wir gehen mal wieder rein in den sicheren Ordner, gehen hier auf die drei Punkte und klicken jetzt mal auf Anpassen. So, dann könnt ihr zum Beispiel den sicheren Ordner hier in den eigenen Namen geben. Wir sagen jetzt einfach mal neuer Ordner oder was auch immer. Ihr könnt den auch komplett umbenennen. Auf Anwenden. Ich gehe nochmal rein hier. Dann kann man hier noch eine Farbe festlegen. Nehmen wir mal Rot hier oder Orange von mir aus. Und dann kann man hier sich andere Symbole nochmal festlegen. Zum Beispiel so einen ganz unscheinbaren Stern. So, gehen wir auf Anwenden. So, und jetzt sieht das natürlich schon ganz anders aus. Also jetzt kann man sich nicht mehr unbedingt darunter vorstellen, dass jetzt hier mit diesen freundlichen Sternen hier Dateien sind, die nicht jeder sehen soll. Also auch nochmal eine interessante Möglichkeit, das hier so ein bisschen nochmal anonymer zu machen und zu verstecken. Ja, der nächste Punkt, den ich euch zeigen möchte, der ist für die Gesundheit. Wir gucken ja ohnehin schon sehr, sehr oft auf Smartphone. Jetzt kommt das Tablet halt noch mit hinzu, wo wir die Augen auch nicht unbedingt entlasten. Aber es gibt eine Möglichkeit, um den Stress so ein bisschen von den Augen zu nehmen. Dafür scrollen wir hier mal runter. Scrollen nochmal runter. Übrigens, wir haben dann viel mehr Einstellungen hier. Und eines dieser Einstellungen ist hier der Punkt Augenkomfort. Es gibt hier übrigens noch eine zweite Seite. Vielleicht ist doch hierher gerutscht. Müsst einfach mal gucken. So, wir gehen mal auf den Punkt Augenkomfort. Und wenn ich den aktiviere, merkt ihr schon, der Bildschirm verfärbt sich so leicht gelblich. Das ist ein Blaulichtfilter. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, hier auf das geschriebene Wort Augenkomfort mal zu klicken. Weil hier könnt ihr sozusagen vom adaptiven Modus, der so ein bisschen guckt, wie ist denn jetzt gerade die Situation, könnt ihr auf individuell gehen. Weil hier könnt ihr die Farbtemperatur extra einstellen. Und je wärmer die Farbtemperatur ist, desto intensiver ist der Blaulichtfilter und desto besser ist das für eure Augen. Also je mehr ihr den aktiviert, desto besser ist das letztendlich. Wer jetzt sagt, okay, hey, das ist überhaupt nichts für mich. Ich empfehle euch das spätestens in den Abendstunden zu haben. Eure Augen sind eh schon müde. Und tatsächlich, wenn man dann zu lange aufs Tablet guckt oder aufs Smartphone, dann ist das nicht förderlich für den Schlaf. Da gibt es tatsächlich auch Studien drüber. Deshalb, wenn ihr das jetzt nur in den Abendstunden haben wollt, oder spätestens in den Abendstunden haben wollt, dann geht hier auf Details. Und hier kann man einen Zeitplan festlegen. Entweder man schaltet es immer ein, was ich euch quasi empfehle, oder ihr macht das nur abends, indem ihr hier von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang das einstellt. Wenn das zum ersten Mal macht, fragt ihr erstmal hier, hey, darf ich überhaupt zugreifen, dass ich überhaupt weiß, wann die Sonne aufgeht oder untergeht. Geht dabei in die Nutzung der App hier, immer auch zulassen und geht einmal mit dem Pfeil zurück, wenn ihr seid wieder zurück. Und jetzt ist sozusagen der Zeitplan festgelegt, dass es nur halt abends entsprechend aktiviert wird. Okay, ein weiterer wichtiger Punkt, gerade für die Abendstunden, ist es hier, guckt auf den grellen Bildschirm, egal ob der Blaulichtfilter jetzt an ist oder aus. Und das ist auch nicht so komfortabel für die Augen. Ich denke mal, ihr wisst schon, was ich meine. Ich würde euch empfehlen, den dunklen Modus hier zu aktivieren. Dann scrollen wir nochmal runter, nochmal runter. Gehen jetzt tatsächlich hier auf die zweite Seite und da gibt es ein Mondsymbol. Den klicken wir mal an, dann haben wir hier den dunklen Modus. Und ihr seht schon, das verkehrt sich hier um. Hier empfehle ich euch auf jeden Fall auch auf das geschriebene Wort zu klicken und dann hier auf Details. Weil, ihr seht schon, schön dunkel, aber es ist ja ein großer Nachteil. Weil, wenn ihr zum Beispiel mit dem Tablet jetzt draußen seid, beziehungsweise wenn ihr einen gut beleuchteten Raum habt, dann ist das tatsächlich nicht so gut für die Augen. Deshalb empfehle ich euch, dass ihr diesen dunklen Modus tatsächlich nur am Abend, beziehungsweise an der Nacht benutzt. Deshalb legt ihr bitte den Zeitfaden fest. Und hier natürlich wieder von Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Das heißt, wenn die Sonne untergeht, schaltet der sich automatisch ein. Und wenn die Sonne wieder aufgeht, schaltet der sich entsprechend automatisch aus. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist hier diese Leiste. Das Gute ist, die haben wir sozusagen immer, auch wenn wir jetzt hier irgendeine App öffnen, wie zum Beispiel im Play Store, die haben wir hier immer. Diese sogenannte Task-Leiste oder Task-Bar. So, ich würde euch empfehlen, dass ihr tatsächlich die wichtigsten Apps hier mit reinlegt. Zum Beispiel, wenn ihr hier WhatsApp habt oder was auch immer, wo ihr sagt, hey, das ist wichtig, dann zieht die einfach hier mit rein. Und das heißt quasi, egal, was ihr jetzt hier aufhabt, ihr habt dann immer auch schnell Zugriff hier auf WhatsApp und so weiter und so fort. Also eine wichtige Geschichte spart eine ganze Menge Zeit im Laufe des Tages. Und ihr könnt natürlich mit dem Gerät auch Bildschirmfotos machen. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Foto von einer Website oder sowas haben wollt, dann kann man das hier zum Beispiel abfotografieren. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel über die Knöpfe, also die Ein- und Aus-Taste und die Leise-Taste, wenn wir die jetzt mal zusammenklicken, dann haben wir ein Bildschirmfoto. Danach kann man das sozusagen hier nochmal editieren, beziehungsweise auch weiterleiten, wenn man dann möchte. So, dann hier nochmal die Ein- und Aus-Taste und die Leise-Taste einfach nochmal zusammenklicken und wir haben ein Bildschirmfoto. Also, ich klicke jetzt mal einfach auf das Editier-Symbol und dann kann man hier sozusagen nochmal was reinmalen oder hier auch was highlighten und so weiter und so fort. Oder aber super praktisch über die Ecken kann man hier auch was ausschneiden. Und da würde es dann wirklich mega interessant, wenn ihr zum Beispiel ein Bild hier von der Website oder sowas haben wollt. Mit dem Teilensymbol kann man es mit WhatsApp, Telegram und so weiter und so fort teilen. Oder mit dem Pfeil schickt man es einfach direkt in die Galerie. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit ein Bildschirmfoto zu machen, zum Beispiel mit der Unterkante der Hand. Schieben wir einfach über den Bildschirm und dann haben wir auch ein Bildschirmfoto. Macht sich super, geht im Übrigen auch von der anderen Seite einfach mit der Unterkante der flachen Hand über den Bildschirftreichen und wir haben einen Screenshot. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel so eine Liste haben, so eine längere Liste und wir sagen, okay, wir wollen die tatsächlich komplett drauf haben und wollen nicht immer einen einzelnen Screenshot machen, jetzt von wirklich jedem Teil hier, dann kann man sozusagen so einen sogenannten Scrollshot machen, also durch so einen fortlaufenden, linkeren Screenshot. Wir machen einfach mal ein Bildschirmfoto, wie wir es gerade gelernt haben, gehen jetzt hier auf den Pfeil, der gerade hier kommt und jetzt kann ich mir hier sozusagen ein bisschen noch was von der Liste mit zu holen. Jetzt kann ich den Screenshot deutlich größer machen und wir sehen es hier schon an der Vorschau, der nimmt uns jetzt sozusagen wirklich komplett die ganze Webseite hier und damit sparen wir uns auch viel, viel Arbeit und müssen das nicht einzeln immer abfotografieren. Und für die Freunde des S-Pen, man kann auch über den S-Pen hier einen Screenshot machen, dafür gehe ich hier auf S-Pen-Menü, dann auf Screenshot-Notiz und der macht auch ein Bildschirmfoto. Danach kann ich hier auch direkt was reinmalen oder was highlighten oder was auch immer. Vergesst nicht, auf den Pfeil zu gehen, weil erst dann ist es in der Galerie. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, mit dem Stift ein Bildschirmfoto zu machen. Wir gehen hier auch mal wieder auf S-Pen-Menü und auf Smart Select, weil jetzt können wir uns einen Teil des Bildschirms auswählen, zum Beispiel hier die Google-Leiste. Und was ganz cool ist, diesen Teil können wir auch direkt anheften. Das heißt, wenn wir zum Beispiel hier was abmalen wollen, dann können wir das uns jetzt überall irgendwo hinschieben und dann malen wir das dann derweil ab. Zum Beispiel, viele Anwendungsmöglichkeiten, eine ganz interessante Sache. Wenn ihr damit durch seid, klickt das einmal an und geht aus X und weg ist er. Für die Videofreunde von euch, man kann auch ein Bildschirmvideo machen hier von euren Aktivitäten, auch für Spiele etc. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Wir scrollen hier mal runter, scrollen noch mal runter und dann gibt es hier den Punkt Bildschirm-Recorder. Wenn wir das anklicken, kriegen wir erstmal hier so ein kleines Tool, wo wir uns aussuchen können, welchen Ton wir haben wollen. Ob jetzt gar keinen Ton, nur den Medienton, also den App-Ton sozusagen. Oder wenn ihr was erklären wollt, parallel nimmt ihr den letzten Medien und Mikrofon. Der letzte Punkt ist auch noch sehr, sehr interessant, Tippen und Berühren anzeigen. Das heißt quasi, wenn ihr was erklärt, keiner weiß ja genau, wo ihr gerade jetzt hingetippt habt auf den Bildschirm oder welche Tasten ihr geklickt habt. Mit dem letzten Punkt hier, wenn ihr den aktiviert, kann man das sichtbar machen. Wenn ihr fertig seid mit euren Einstellungen, geht auf Aufnahme starten. Dann kommt so ein kurzer Countdown und dann kann man tatsächlich die Aufnahme entsprechend hier abbilden. Man hat ein kleines Tool, was dann erscheint, das kann man sich überall hinziehen und wenn es zur Teil steht, kann man auf diesen Fall klicken, dann wird es nahezu unsichtbar. Machen wir mal wieder sichtbar hier. Mit dem Stift kann man entsprechend hier noch was malen, wenn man möchte. Allerdings der Nachteil ist, man kann halt nicht mehr navigieren auf dem Gerät. Deshalb nimmt den Stift wieder raus und jetzt kann man wieder hier ein bisschen navigieren. Der Punkt ist ganz interessant hier. Das ist sozusagen interessant, wenn ihr den App-Pen, äh, den S-Pen habt. App-Pen, S-Pen habt. Wenn ihr den jetzt hier mich aktiviert, na, das geht noch mit dem Stift, okay. Dann kommt hier sozusagen ein kleiner Pfeil, seht ihr das? Kommt ein kleiner Pfeil und dann könnte ich sozusagen hier eine bessere Präsentation machen. Wenn ich hier rüber schwebe, kann ich sozusagen nochmal ein bisschen was animierter markieren, etc. Also, auch eine interessante Sache, wenn ihr die Frontkamera dazu haben wollt, ne. Hallo. Gleich mal an der Stelle. Dann kann man die sozusagen zuschalten, wenn man euch sehen soll, zum Beispiel beim Spielen oder beim Tutorial. Oder halt hier mit dem Pause-Symbol könnt ihr das Video stoppen oder dasselbe so ein Video auch gleich wieder fortsetzen. Und mit dem Stopp-Symbol, ja, der beendet das Video dann entsprechend. Einen weiteren Punkt möchte ich euch gerne noch zeigen. Wir scrollen nochmal runter, scrollen nochmal runter und gehen jetzt mal auf das geschriebene Wort hier, Bildschirm-Rekorder. Weil hier tatsächlich kann man nochmal die generellen Einstellungen für den Ton festlegen und auch die Video-Qualität. Und das ist wichtig, weil wenn ihr jetzt ein einfaches Tutorial machen wollt für eure Freunde, dann müsst ihr nicht die höchste Qualität nehmen, sondern macht ihr was auf niedrig. Das reicht aus, weil es verbraucht Speicherplatz. Wenn ihr jetzt Sachen hochladen wollt auf YouTube und so weiter, dann macht das auf hoch, kein Problem. Aber ansonsten würde ich euch eher die niedrige Auflösung empfehlen und das spart Speicherplatz. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, das ist ein virtueller Assistent. Und der kann Dinge erkennen zum einen und hat seine Stärken in der Texerkennung. Ich gehe mal auf die Kamera und dann gehe ich auf mehr und dann gehe ich mal auf den Punkt Bixby Vision. So, und jetzt haben wir unten so eine Leiste hier, die können wir hin und her ziehen. Wir können was entdecken, also was erkennen lassen. Funktioniert aber nicht so gut. Wie gesagt, er hat seine Stärken hier im Textbereich. Wir gehen hier mal auf Text. So, dann hebe ich mal die Kamera hier ein bisschen an und gucke mir einfach mal hier den Text an. So, den hat er jetzt. Und jetzt hat er den sozusagen eingescannt und jetzt kann ich mir sozusagen Dinge hier aus diesem Text eben aussuchen. Da kann man ganze Buchseiten abfotografieren mit und den Text dann auch direkt bearbeiten oder in dem Fall übersetzen oder was auch immer. Kopieren, einfügen. Spart eine ganze Menge Arbeit. Aber, was auch mega cool ist, der Punkt Übersetzen. Das ist ja nur in Englisch, was ich hier habe, außer der erste Wort da, aber ansonsten ist es in Englisch. Das kann ich jetzt hier rüber halten. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Und der erkennt sozusagen, dass es die deutsche Sprache ist und macht mir sozusagen eine Live-Übersetzung. Könnt ihr das hier sehen? Das ist natürlich mega praktisch in eurem Urlaub. Könnt ihr die Speisekarte eigentlich mal richtig lesen? Und diese Übersetzung kann man auch direkt kopieren und direkt damit arbeiten und so weiter und so fort. Wie gesagt, eine Riesengeschichte für den Urlaub oder halt auch für das Studium etc. Dann kann man sich die Texte da live übersetzen bzw. die mit der Übersetzung gleich arbeiten. Also das ist eine super interessante Sache. Okay, und das Letzte, was ich euch zeigen möchte, das ist total unproduktiv. Ja, aber es weckt wieder ein bisschen das Kind in uns. Nehmt euch einfach mal den S-Pen, klickt hier drauf und geht jetzt auf den Punkt AR-Zeichnung. So, und jetzt erkennt ihr euer Gesicht, was hoffentlich nicht ganz so müde aussieht wie meins. Und jetzt kann man sozusagen hier, den Gesicht machen mit Hut. Und wie gesagt, total blöd, aber eine nette Spielerei. Und wenn ihr Kinder habt, die stehen tausendprozentig da drauf. Hier könnt ihr noch Bilder mit hinzufügen. Gebt mal auf GIF und jetzt kann ich hier sozusagen, ich mache mal was Romantisches hier, kann ich das hinzufügen. Und hier kann ich dann da auch ein Video entsprechend aufnehmen. Also wenn ihr jemanden hier happy machen wollt, es kann ja auch ein Geburtstagsgruß sein, ja. Dann könnt ihr hier entsprechend was aufnehmen. Wie gesagt, keine produktive Sache, aber man lacht trotzdem. Und darauf kommt es doch im Leben an. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video hier ein paar auch sinnvolle Sachen zeigen. Und ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Vielen, vielen Dank, dass ihr das Video geguckt habt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen. Auch gerne einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr mich gerne abonnieren. Oder ja, vielleicht nochmal wiederkommen. Okay, alles Gute euch und bleibt gesund. Ciao.